Hallo, hier kommt das zweite Video zum Thema Eigenwerte. Ich werde Ihnen in dem Teil ein etwas größeres Beispiel vorrechnen. Eigenwerte und Eigenvektoren einer 3x3-Matrix. Im Anschluss schauen wir uns ein paar theoretische Eigenschaften von Eigenwertproblemen und speziellen Matrizen an. Und zum Schluss zahlen wir das Pferd von hinten auf. Da zeige ich Ihnen, wie Sie aus einer Menge von gegebenen Eigenvektoren und Eigenwerten die zugrunde liegende Matrix wieder rekonstruieren können. Viel Spaß dabei! Wir hatten in dem einführenden Video zu den Eigenvektoren und Eigenwerten gesehen, dass ein Eigenwertproblem dann vorliegt, wenn man in einer quadratischen Matrix einen Wert und einen zugehörigen Vektor findet, der dieses lineare Gleichungssystem ax ist gleich Lambda mal x erfüllt. Dann nennt man das Lambda eben einen reellen Eigenwert zu dieser Matrix A und das x ist dann der zugehörige reelle Eigenvektor. Insgesamt nennt man das Ganze dann das Eigenwertproblem. Wir haben auch gesehen, wenn Sie so ein Eigenwertproblem lösen wollen, führt Sie das zum sogenannten charakteristischen Polynom. Und dieses charakteristische Polynom ist die Determinante aus der Matrix minus Lambda als Variable mal die Einheitsmatrix ist gleich 0. Wenn Sie für dieses Polynom Lösungen finden, dann sind das die Eigenwerte dieser Matrix. Und das schauen wir uns jetzt nochmal mit einem Beispiel an. Das ist also unsere Problemstellung. Wir haben die Matrix C gegeben, das ist in dem Fall eine 3x3-Matrix, eine reelle. Was auffällt ist, diese Matrix ist symmetrisch. Das ist eine besondere Eigenschaft natürlich. Nichtsdestotrotz suchen wir jetzt zu dieser Matrix erstmal die Eigenwerte und Eigenvektoren. Dazu stelle ich zunächst mal das charakteristische Polynom aus. Also die Determinante dieser Matrix minus das Lambda-Fache der Einheitsmatrix. Das ergibt das Lambda-Fache der Einheitsmatrix. Sieht aus wie eine Einheitsmatrix, hat nur statt Einsen eben die Lambdas auf der Hauptdiagonale stehen. Die Differenz der beiden Matrizen hier oben ergibt dann diese Matrix. Und die Determinante daraus kann ich mit der Regel von Sarü in dem Fall, das ist ja eine 3x3-Matrix, da geht das noch ausrechnen. Und das ergibt dann, in jedem der 3 Summanden steckt ja der Faktor 1 minus Lambda drin. Wenn ich den ausklammere, dann tue ich mir beim Nullstellen suchen leichter. Das ergibt dann, und das Ganze ausmultipliziert in der hinteren Klammer ergibt, so, das ist das charakteristische Polynom. Setze ich das jetzt gleich 0, dann sehe ich, dass sofort die 3 Nullstellen, die erste Nullstelle ist Lambda 1 gleich 1, die zweite Nullstelle ist Lambda 2. Hier in der hinteren Klammer steckt als Nullstelle auf jeden Fall die 0 drin. Wenn man hier 0 einsetzt, dann ist die hintere Klammer gleich 0 und 3 ist auch noch eine Nullstelle. Aber ein Lambda könnte man noch ausklammern, dann würde da in der hinteren Klammer Lambda minus 3 stehen. Dritte Nullstelle ist 3. Das sind unsere drei Eigenwerte. Erster Eigenwert ist 1, zweiter Eigenwert ist 0, dritter Eigenwert ist 3. Die Reihenfolge ist in dem Fall egal, ich habe sie halt jetzt so gewählt. Zu diesen Eigenwerten möchte ich jetzt die zugehörigen Eigenvektoren berechnen. Also das sind ja nur die Faktoren. Ich möchte ja wissen, welche Vektoren werden eben durch diese Matrix 10 nur mit diesem Faktor 1, 0 oder 3 jeweils multipliziert. Wir starten mit dem Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 1 gleich 1. Dazu muss ich das Gleichungssystem C minus, in dem Fall Lambda 1, mal die Einheitsmatrix mal X ist gleich 0 lösen. In unserem Fall bedeutet das, Hier wird die Einheitsmatrix mit einem Eigenwert von 1 multipliziert, also ändert sich natürlich nichts. Das ist die Einheitsmatrix mit 1 multipliziert. Die beiden Matrizen voneinander abgezogen ergeben jedenfalls, Das heißt, die erste Gleichung in diesem Gleichungssystem, die ist identisch zur zweiten und die heißen jeweils X3 ist gleich 0. 0 mal X1 plus 0 mal X2 plus 1 mal X3 ist gleich 0. Die dritte Gleichung heißt X1 plus X2 plus X3 ist gleich 0. Und wenn man jetzt X3 gleich 0 hier unten einsetzt, dann ergibt sich X1 ist gleich minus X2 und X3 ist gleich 0. Wir haben also einen Freiheitsgrad. Eine Variable kann frei gewählt werden. Können wir uns jetzt aussuchen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich wähle X1 gleich A. Damit ist dann unser Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 1 gleich 1. Oder auch hier zeigt sich wieder, dass der Eigenvektor nur auf seine Richtung festgelegt ist, nicht aber auf seine Länge. Deswegen dieses beliebige Vielfache, das man hier rausziehen kann. Für den zweiten Eigenvektor ergibt sich dann analog. In dem Fall muss ich nichts von der Hauptdiagonale abziehen, weil der zweite Eigenwert hier ja 0 ist. Und wenn ich die Einheitsmatrix mit dem Faktor 0 multipliziere, dann stehen da nur noch 0. Die drei Gleichungen heißen jedenfalls, 1 plus X3 ist gleich 0. X2 plus X3 ist gleich 0. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, addiert man die erste und die zweite Zeile, dann kommt hier die dritte Zeile raus. 1 plus 0 gibt 1. 0 plus 1 gibt 1. 1 plus 1 gibt 2. So dass die dritte Zeile nur eine Kombination aus den ersten beiden ist. Die brauche ich also nicht berücksichtigen. Damit ergibt sich hier ein Zusammenhang zwischen diesen drei Variablen von, bis auf das Vorzeichen sind die also alle gleich. Wenn ich jetzt X3 frei wähle, sieht unser Eigenvektor zu diesem zweiten Eigenwert entsprechend folgendermaßen aus. Für das X3 hier in dritter Stelle, da wähle ich wie gesagt B. Und dann kommt für das X1 das Negative von X3 raus, also minus B. Und für das X2 auch, also haben wir minus B, minus B, B. Oder wenn Sie das B wieder ausklammern wollen, dann hätten wir minus 1, minus 1, 1 mal B. Auch wieder eindeutig bis auf ein Vielfaches. Jetzt fehlt noch der dritte Eigenvektor zum Eigenwert 3. Hier wird die Einheitsmatrix mit dem Eigenwert 3 multipliziert. Deswegen stehen hier die 3er auf der Hauptdiagonale. Damit ergibt sich unsere drei Gleichungen. Lauten also. Damit sieht man dann, dass X1 und X2 gleich sein muss. Und setzt man das in die dritte Gleichung ein, erhält man 2X1 gleich X3. Wenn ich jetzt das X1 frei wähle, X1 gleich C, dann ergibt sich X2 ist dann auch C, weil die beiden müssen ja gleich sein, X1 und X2. Und für das X3 ergibt sich das Doppelte, also haben wir hier 2C. Damit haben wir alle drei Eigenvektoren und alle drei Eigenwerte zu dieser Matrix C bestimmt. Wir schauen uns jetzt noch einige Eigenschaften von Eigenwerten und Eigenvektoren an, um uns dann anhand des Beispiels ein paar von diesen Eigenschaften auch nochmal zu verdeutlichen. Wir starten jetzt mit einem Spezialfall. Der Spezialfall passt auch zu unserem Beispiel, das wir gerade geregnet haben. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass diese Matrix C, um die es gerade ging, eine symmetrische quadratische Matrix war. Das hatten wir jetzt gerade auch. Das ist jetzt meine Voraussetzung für diese Eigenschaft. Wenn Sie das haben als Voraussetzung, dann können Sie sicher sein, dass die Eigenwerte alle reell sind und müssen auch nicht notwendigerweise verschieden sein, können auch gleiche dabei sein. Wichtig ist, dass sie tatsächlich reell sind. Das heißt, dieses charakteristische Polynom hat tatsächlich, wenn es ein Polynom dritten Grades ist zum Beispiel, hat drei reelle Nullstellen. Das ist ja nicht immer so. Und es gibt auch tatsächlich Matrizen, bei denen das charakteristische Polynom eben nicht nur reelle Eigenwerte hat. Aber in diesem Spezialfall, wenn die Matrix symmetrisch ist, ist das so. Dann zerfällt das hier jeweils in reelle Nullstellen. Die zweite Eigenschaft hier, die ist nicht ganz so wichtig. Wir schauen es uns ganz kurz an. Wenn Sie einen kleineren Rang als n haben in dieser Matrix, das bedeutet, wir haben das ja sehr einfach definiert, diesen Rang, haben gesagt, wenn Sie einen Gauss-Algorithmus machen, fallen potenziell Zeilen raus. Wenn Zeilen rausfallen und Sie haben am Schluss dann weniger als die ursprünglichen Zeilen übrig, dann ist die Anzahl der verbleibenden Zeilen, nennen wir den Rang. So, wenn das so ist, also wenn Zeilen rausfallen, redundant sind, dann ist auf jeden Fall Null ein Eigenwert. Und der kommt dann nicht nur einmal vor, sondern kommt so oft vor, wie viele Zeilen entsprechend rausfallen aus der Matrix. Zu diesen reellen Eigenvektoren gibt es immer genau N reelle und linear unabhängige Eigenvektoren. Diese Eigenvektoren können Sie nebeneinander hinschreiben. In eine Matrix kann man dann zum Beispiel X nennen, das die Matrix mit ihrem transponierten, multiplizierten Einheitsmatrix ergibt. Das klingt jetzt erstmal ziemlich nutzlos, ist aber ganz praktisch. Das werden wir gleich sehen, warum das ein guter Trick ist. Ja, wie kriegen Sie das hin, dass diese Eigenvektoren so dastehen, dass das eben gerade klappt? Dazu müssen Sie die Eigenvektoren normieren. Das heißt, die müssen die Länge 1 haben. Das zeige ich Ihnen gleich, wie das funktioniert im Beispiel. So, wenn Sie jetzt nämlich noch zusätzlich eine Matrix sich aufbauen, in der die ganzen Eigenwerte auf der Hauptdiagonalen stehen, sonst lauter Nullen, die nennen wir hier mal L, dann können Sie ein Spiel spielen, das ich jetzt mal Eigenwerte und Eigenvektoren rückwärts bezeichnen würde. Das heißt, Sie können aus dieser Matrix X der Eigenvektoren, dieser speziellen normierten Eigenvektoren, der Matrix L mit den Eigenwerten und im transponierten dieser Matrix mit den Eigenvektoren, die ursprüngliche Matrix rekonstruieren. Und das ist manchmal sehr praktisch. Das brauchen wir übernicht im Semester, wenn Sie über Hauptkomponentenanalyse beispielsweise nachdenken. In der Marktforschung ein wichtiges Verfahren. Das zeige ich Ihnen jetzt auch noch mal im Beispiel. Wir wollen also die ursprüngliche Matrix so tun, als ob wir sie nicht kennen. Und aus den gegebenen Eigenvektoren und Eigenwerten wollen wir diese Matrix dann wieder darauf beschwören, sozusagen. Ich schreibe mir noch mal die Eigenwerte und die Eigenvektoren von unserer Matrix C auf. So, die drei Eigenwerte mit den zugehörigen Eigenvektoren. Sie sehen, ich habe jetzt diese freie Variable hier immer in die Klammer rein multipliziert. So, jetzt haben wir gesagt, wir suchen jetzt oder wir wollen jetzt eine Matrix bauen. Matrix Groß X aus diesen drei Eigenvektoren müssen so konstruiert sein, dass sie jeweils eine Länge 1 haben. Wie rechnet man die Länge eines Vektors aus? Das geht über den Satz des Pythagoras. Ich mache es bei einem mal vor. Die Länge von diesem Vektor V1. Das kürzt man typischerweise dann mit so einem Doppelstrich hier ab. Und das ist die Wurzel aus das zum Quadrat plus das zum Quadrat plus das zum Quadrat. Kann man sich geometrisch schnell überlegen, dass das im Dreidimensionalen oder im Endimensionalen dann auch so ist. Dass sie jeweils die Quadrate hier nehmen für diese sogenannte euklidische Norm. Okay, das erste zum Quadrat ist A² plus das zweite zum Quadrat. Achtung, das Minus muss man natürlich mit quadrieren. Plus 0 zum Quadrat, da tut sich nichts. So, jetzt kann ich das A hier aus der Wurzel rausziehen. Dann bleibt in der Wurzel hier übrig 1. Und hier bleibt übrig auch 1, weil Minus mal Minus gibt Plus. Das da hinten ist 0. Also haben wir unter der Wurzel Wurzel 2. Und diese Länge, die soll jetzt 1 werden. Länge 1 möchte ich gern haben. Okay, dann machen wir das nochmal auf. Damit dieser Vektor V1 die Länge 1 hat, muss A1 durch Wurzel 2 sein. Das heißt, unser spezielles V1, das wir hier brauchen, das wäre dann 1 durch Wurzel 2, Minus 1 durch Wurzel 2 und 0. Analog gilt dann für, nennen wir das mal V1 Schlange, was ja ein spezieller Vektor ist. Für V2 und V3 gilt dann entsprechend, wenn Sie hier die Länge ausrechnen, dann in dem Fall B Quadrat plus B Quadrat plus Minus B Quadrat. Auch hier Minus mal Minus gibt wieder Plus. Haben wir in der Klammer also 3 B Quadrat. Das B Quadrat kann ich wieder rausziehen. Dann ist das B mal Wurzel 3. Wenn das gleich 1 sein soll, dann muss unser spezieller, auf Länge 1 normierter V2 entsprechend heißen. Hier, wenn ich das Wurzel 3 hier rüber bringe, dann habe ich hier jeweils 1 durch Wurzel 3, 1 durch Wurzel 3 und Minus 1 durch Wurzel 3. Für das V3 kommt dann entsprechend raus, was habe ich denn hier? Hier habe ich einmal C Quadrat, C Quadrat und 2C Quadrat. Wurzel aus C Quadrat plus C Quadrat plus Klammern 2C zum Quadrat. Und dann habe ich hier einmal C Quadrat, einmal C Quadrat. Hier haben wir 4 mal C Quadrat, das sind insgesamt 6 mal C Quadrat, sodass ich hier dann C mal Wurzel 6 stehen habe. Wenn ich das gleich 1 setze, ist analog unser normierter V3 eben der Kehrwert von Wurzel 6 dann jeweils. Also haben wir 1 durch Wurzel 6, hier nochmal 1 durch Wurzel 6 und der dritte heißt 2 mal oder 2 durch Wurzel 6. Das heißt, unsere spezielle orthogonale Transformationsmatrix, dieses Groß X aus unserer Betriebsanleitung, das sieht jetzt so aus. Da schreibe ich jetzt das V1 Schlange, das V2 Schlange und das V3 Schlange nebeneinander. In welcher Reihenfolge Sie das machen, ist ehrlich gesagt egal. Sie müssen nur die gleiche Reihenfolge nehmen, wie dann mit den zugehörigen Eigenwerten. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber unsere Matrix, die sieht jetzt ziemlich scheußlich aus mit den vielen Wurzeln, aber ich schreibe sie trotzdem mal hin. Und wenn ich jetzt die zugehörigen Eigenwerte auch noch in diese spezielle Matrix L reinpacke, dann würde diese Matrix L folgendermaßen aussehen. Unsere Eigenwerte waren ja 3 nach 1, 0 und 3. Dann habe ich hier 1, 0 und 3 jeweils auf der Hauptdiagonale. Das sind die Eigenwerte. Und die anderen Zahlen sind jeweils 0. Und mit unserer Betriebsanleitung müsste ich jetzt eigentlich meine, in unserem Fall heißt sie ja C, die Matrix, müsste ich jetzt zusammenbauen können, indem ich diese Matrix X mal die Matrix L mal das Transponierte von der Matrix X multipliziere. Das mache ich jetzt, kann man natürlich zu Fuß machen. Ich mache es jetzt mal in R. So, das ist unsere Matrix X. Jetzt brauche ich noch die Matrix L. Das sieht gut aus. Und jetzt kann ich bloß mal ausprobieren, ob dieser Satz, den wir natürlich nicht bewiesen haben, ob der auch hinhaut. Wenn ich jetzt hier X mit L mit X transponiert multipliziere, schauen wir mal, was da rauskommt. Und das sieht sehr nach dieser ursprünglichen Matrix aus. Wenn Sie das, ich habe jetzt hier außenrum noch R gebeten, die Zahlen hier zu runden. Wenn Sie das nicht machen und dieses Runden weglassen, dann steht immer noch das Gleiche da. Aber es gibt ein paar numerische Rechenfehler hier mit der Wurzel. Ja, die ist nicht unendlich genau natürlich in dem Rechner. Und wenn dann hier diese Wurzeln miteinander multipliziert werden, dann kommt nur fast 0 raus hier oben. Wenn man es numerisch korrekt gerechnet hätte, wäre es natürlich exakt 0. Also das obere Ergebnis mit den gerundeten Werten hier, das ist das exakt Richtige. Und das entspricht genau unserer Matrix, unserer Ausgangsmatrix C. Und das ist, wie gesagt, ein wichtiges Hilfsmittel, um Koordinaten zu transformieren, Koordinatensysteme zu transformieren und sich wichtige Informationen aus Daten rauszufischen beispielsweise. Da wird das sehr oft eingewendet. So, jetzt haben Sie einiges gehört zu Eigenwerten. Insbesondere habe ich mal ein Beispiel mit einer 3x3 Matrix durchgerechnet. Wie Sie gesehen haben, ist das schon eine ganz schöne Rechnerei. Aber Sie wissen jetzt zumindest, wie das technisch funktioniert. Natürlich gibt es numerische Funktionen in Computersystemen. In R gibt es beispielsweise die Funktion Eigen. Die spuckt Ihnen zu einer Matrix sofort sämtliche Eigenwerte und Eigenvektoren aus. Probieren Sie es mal aus.